Der Prophet und die zwei Gruppen Der Prophet betrat einmal die Moschee und wurde auf zwei Gruppen aufmerksam. Beide Gruppen waren beschäftigt, die eine mit dem Beten und die andere mit dem Lehren und Lernen. Mit Freude beobachtete er beide Gruppen und wandte sich an seine Begleiter. Beide Gruppen tun Gutes und sind auf dem Weg zur Glückseligkeit. Doch ich bin gekommen, um zu lehren und aufzuklären, sagte er, schloss sich der Gruppe der Lehrenden und Lernenden an und setzte sich zu ihnen.